Musik Ein herzliches Hallo hier von der CeBIT 2017 aus Hannover. Wir befinden uns bei SOTEC, mein Name ist Marci und ich möchte euch über unseren Eyecatcher, dieser kleine wunderschöne PC, den ich fast alleine zusammengebaut habe, im Zusammenspiel mit Thermaltake ASRock ist das unsere Orange Saft Presse 2.0. Ja, wir kennen uns auch vielleicht vom letzten Jahr, da war es noch schön schwarz. Jetzt natürlich mit den neuesten Komponenten 1080 im Thermaltake Design, wassergekühlt und unser SONIX SSD im 10-jährigen Jubiläums-Design. Und das soll euch an unseren Stand bringen, denn wir haben neue Grafikkarten. Unsere 1080 Ti. Einmal aus FAUDERS Edition. Hier ist das schöne Stück. Jetzt schon zu kaufen. Sie ist ab sofort verfügbar und das Gute ist, bei uns gibt es auf diese Karte sogar 5 Jahre Garantie. 2 Jahre natürlich gesetzlich und weitere 3 Jahre, wenn man die Karte innerhalb von 28 Tagen nach Kauf bei uns auf der Webseite registriert. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Ich zeige euch die ZOTEC GeForce GTX 1080 Ti Amp Extreme. Und ihr wisst das ja schon von der vorherigen Generation, Amp Extreme bedeutet bei uns extrem übertaktet. Und unser Ziel ist, mit der Karte wieder die stärkste 1080 Ti auf den Markt zu bringen. Es ist schon gelungen bei der 89 Ti, es ist uns gelungen bei der 1080. Und wir hoffen doch sehr, dass es auch hier bei der Karte ist, am Ende reicht, um die Krone zu ergattern. Die Clock Speed stehen allerdings noch nicht ganz fest, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Anfang April ist es dann soweit. Und dann wissen wir, ob wir es geschafft haben. Ein kleiner Vorgeschmack, das ist noch ein Pre-Production Sample. Was kann man schon sehen? Man kann die LED-Beleuchtung sehen, die wieder hier verfügbar ist. Auch an der Seite. Und natürlich auch ein Backplate. Wir haben hier zwei 8-Pin-Strom-Adapter. Dann haben wir die Anschlüsse, die man sonst so kennt. Man sieht sofort, zweieinhalb Slots. Ja, das ist schon ein Monster. Liegt auch ein bisschen. Und damit wollen wir natürlich euch ködern. Und das ist die Karte für euch demnächst. Davon wird es auch einen kleineren Bruder geben. Die Amp Edition, die ist auch übertaktet. Aber dann ist es allerdings nicht so stark wie die Amp Extreme. Ja. Bisschen in Anlehnung an das 1080 Amp Design. Auch mit LEDs. Ja, so sieht es von hinten aus. Auch 2,8-Pin-Strom-Stecker. Und man sieht ganz eindeutig, zwei Slots ist genug hoch. So nochmal im Ganzen. Wie schon erwähnt, verfügbar dann im April. Anfang, Mitte April. Preis ist auch noch nicht so ganz fix. Aber der wird sich natürlich über der Fauna's Edition bewegen. Aber ich glaube, es lohnt sich drauf zu warten. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.